Ich bin angestellt bei Bösiger Gemüsekulturen in Niederbib. Der Betrieb ist im Schweizer Mittelland schön an der Autobahn gelegen. Wir bauen ungefähr 160 Hektar Freilandgemüse an. Ich bin verantwortlich für die Pflanzenschutzapplikationen. Wir haben extremer Druck von den Medien, aber auch von der ganzen Gesellschaft wegen der ganzen Pflanzenschutzgeschichte, Mehrfachrückstände und Abschwemmungen, die einfach ein Thema werden oder sind. Durch das Lenksystem, aber auch durch das GPS können wir ganz genau applizieren. Wir können Feldgrenzen setzen und nur in unserem Feld spritzen. Das geht so, dass es genau so weit spritzt, wie es schon gespritzt hat. Und dafür auch dann über Spritzungen vermeiden können. Alle Felder sind eingegeben. Wir können auf das Feld fahren und es klappt eigentlich sehr gut. Für die Spritzenarbeiten eigentlich fokussieren kann. Ich kann schauen, wie der Balken ist. Ich kann schauen, ob alles okay ist. Jede Düse normal schaltet, wie sie soll. Und das ist für uns im Betrieb, denke ich, ein riesen Vorteil. Die Feldspritze ist mit der Nachrüstlösung Trimble Autopilot ausgerüstet. Wir fahren mit RTK-Genauigkeit plus minus 2,5 cm. Neben der Feldspritze sind auch sechs Spendtraktoren mit dem Autopilot ausgerüstet, wo wir auch mit RTK-Genauigkeit fahren. Die RTK-Korrektur erreichen wir mit elf Referenzstationen, welche überall in der Schweiz verteilt stehen. Das Korrektursignal kommt dann via Mobilfunk auf das Fahrzeug und damit erreichen wir die Genauigkeit von 2,5 cm.